Servus, Sördle! Hier bin ich wieder mit Hearthstone. Diesmal will ich das Jäger-Deck fertig spielen. Ich habe hier Sieg des Jägers gehabt. Dann spiele ich mal noch ein Spielchen und hoffe mal, dass ich die umklatsche. Komm gleich wieder. Soll. Ganz lustig. Schnell zusammengeschmissen, das Deck. Ist doch beim Jäger nicht so schwer, da kann man nicht so viel falsch machen. Beginnen. Ach nee, oder? Hehe. Geil. Oh yeah. Jetzt hört er mich nur noch und sieht die komische Fresse, die ich hier ziehe. Auch geil. Cooler Sache. Schön. Haha. Sieht immer toll aus, ne? Willkommen in der Ausstellung. Haha. Sieht cool aus. Ah, da sind wir wieder. Die Fresse hätte auch weg bleiben können, gell? Haha. Das ist immer wieder. Back in the game. Back in the game. Oh yeah. BAM! In the face. Bitch. Dann muss ich alles machen. Ding, 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 ding. Ahhhh. Ahhhh. Ein gelaufener Wutzer. Dann ist einfach was sauber zu machen und das neue Brillchen hier. Ähm. Joa. Oder? Joa. Machen wir. Scheiß Card-Raw ist ziemlich stark, deswegen. Das ist ganz gut, wenn's weg ist. Wie viele Finger zeige ich? Vier Finger, ein Daumen. Ähm. Ja. Soweit, so gut. Was wir machen? Boah. Sieh wieder was. Wow. Wow. Was wir machen? Boah. 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 So. Face, face. Spielt ihr gern mit Feuer? Boah. 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 Da hat man es abgegeben hier. Ja, ich hau den weg. Wir finden ziemlich stark, deswegen mach den weg. Was kommt nü? Solitator! Hm. Na, ich weiß nicht. Ich mach ihn da am besten. Ich denk das ist in Ordnung. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wie viele Finger zeige ich? Okay. Noch nicht. Aber gleich. Wenn ich die jetzt bei rufe, hat er anständig was zu tun. Ich könnte aber auch auf gut Glück hoffen. Dann ist es da. The face is the place. Das macht er bestimmt mit dem den platt. Oder den da. Und spielt nochmal... Oh. Noch keine Holy Nova. Okay. Von mir aus. War aber gut. Erstaunlich. War gut. Hat er gut gemacht die Sau. 14. 10. 14. Jetzt wird es langsam ekelhaft. Der hält aber nur noch 4 aus. Das tut mir jetzt aber volle keine Leid. Das tut mir leid. Den machen wir auch weg. Schatten war tot. Okay. Das war ein Fehler. Nur ein klein wenig sie kriegen. Da hätte ich mich vorher geheilt. Aber okay. Nicht mein Problem. Jetzt hat er wieder 21 hier. Mehr als ich. Wie geht es noch? Können wir es einfach hier. Oh fuck ey. Geht ihn jetzt ab. Gar nichts zu übel. Ratham. Ich mag ihn nicht so, aber okay. Ich jage allein. Ja. Das war's ne. Plus 10, plus 10. BÄM! Face und tschüss. Hopp, komm. Er hat jetzt nicht genau gemacht, dass er selbst rein schuld ist. Das nehm ich mal darüber. Es kommt schon. Was dauert denn da so lang? Muss jetzt überlegen, was 10 plus 7 sind oder was? Okay. Geil. Das geht natürlich auch. Wird aber auch reichen. Das reicht tatsächlich nicht. Packs haben wir nicht. Hast du das gerade eben wirklich gemacht? Wir brauchen noch einen Schadenspunkt, komm. Komm. Vielleicht denk doch nicht dran sich zu heilen. Komm, komm, komm. Hm, 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 hm. Komm, wir reizen noch ein bisschen. Wege euch zur Strecke. Nein, hat sich geil. Hehehe. Hehehe. Ah. Fratze mache. Ein Lebenspunkt. Ein Lebenspunkt. Komm. Irgendwas mit Charge. Die wilden Tiere gehofft von einem Leben. Scheiße. Ja, ja, gut gespielt. Gut gespielt. Scheiße. Mist. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Mal wieder. Nochmal, was so schön war. Eigentlich könnte ich meine Fresse auch da runter setzen. Also hier. Man muss mal hier. Grüße. 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 Ich muss heute den Zoth noch besorgen. Ich finde den cool. Ich muss die Deathrattle Minions wiederkommen. Ich finde den cool. Ich muss die Deathrattle Minions wiederkommen. Hm. Ich bin hier. Gut gespielt. All right. Hm. Weiß nicht. Kithun Warrior ist stark. Aber ja, hatte ich ja auch ein Deck. Ich jage allein. Okay. Ah, Mist. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich brauche noch eine gänzige Kreatur jetzt. Okay. 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 Nicht so übel. Schade. Jetzt muss der Kressley dran glauben. Okay, okay, okay. Stimmt, den 1-3 hellig brauchen gar nicht killen. War mal wieder doof, ne? Für 4, man hat 2 Karten. Jo, kann man mal? Ähm. 5, 7, 9, 11. 5, 11. 6, 9, 11. 5, 11. 12. 15. 20. 20. 21. 22. 22. Alles klar soweit, dann verabschiede ich mich mal vom YouTube Publikum und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.